Die Lobby des Hotels Proha Solitär, das Hotel auf der Insel Rügen. Wir haben auf jeder Seite einen Kamin, tolles Ambiente. Im Warbereich ist der Kamin natürlich aus, aber man muss ja nicht an sein. Das sind übrigens echte Pflanzen, die da beleuchtet werden. Super schicke Pflanzen in der Beleuchtung, damit ihr Gefühl des Tageslicht beibehalten. Tolles Ambiente der Lobby des Proha Solitär, das Hotel auf der Insel Rügen. Eine gemütliche Lobby, richtig gemütlich. Jetzt kommt Feierabend, kommt die Sonne raus. Hat den ganzen Tag geregnet. Ja, das macht ja dann auch nichts. Danke fürs Zuschauen. Einen traumhaft schönen Tag. Schönen Abend, schönen Nachmittag. Nicht ärgern lassen. Gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.